Musik Oh, wir sind schon auf Sendung. Das ist das Haarspray von Zeko und meine Haare sind wirklich schon süchtig danach. Ich bin Lena und ich moderiere heute für euch und zwar schickt uns Zeko nach Paris. Der Start ist hier in Göttingen und wir werden mit dem Auto nach Paris fahren, genauso wie fliegen. Ich werde im Flugzeug moderieren und unser Roland, das Model, wird im Auto moderieren. Das heißt, ihr seid bei jedem Schritt dabei, bei unseren Shootings, was wir alles ausprobieren. Ihr werdet wirklich alles sehen. Hier ist unser neues Logo von Zeko TV. Da müsst ihr natürlich drauf gehen, um zu sehen, was bei uns alles passiert. Und ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall einschalten. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Bis dann. Tschüss.